Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Plakate auf der Nordfrieselmarsch. Wir fahren jetzt zu unserer Wiese Nummer 25. Vorbereiten zum Mähen. Aber ich werde gleich zuerst die anderen beiden Wüsten dünken, bevor die ausgewachsen sind. Das war so um nicht so gut. Denn die andere Wiese ist hier noch nicht in der ersten Stufe reif. Da fahren wir gleich mit der Wiese Nummer 27 ran. Und dünn. Ich werde gerade der LKW spinnen. Dünn ist teuer. Wir packen immer gleich hier vorne. Machen wir den voll. Wir haben Zeit. Dünn ist teuer. 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 Neue Marschalkerzahn. Okay, Zeit dafür. Düngen. Bevor das zu spät ist. Bevor das zu spät ist. Schauen wir mal hier vorne an. Mal gucken, wie das hier 21 ist. Okay. Mal gucken, wie das hier. Das ist die links hier, ab und trotz, das drängt da. Ich würde hier weggebleiben, keine Probleme. Hammer, ey Tasse. Dünnen läuft. Das gefällt mir gar nicht mit Nordpartan. So der Kreis. So, jetzt geht's zur Wiese. Gar nicht so einfach. So, jetzt geht's. 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 gut das geld das heißt auch jetzt traktor 1 die erst belegt der ist reserviert der ist der das war nicht so einfach gut dann wenn wir kurz tauschen werden wir hier umstellen das war ein bisschen anhänger dann werden wir hier mit dem Tackler-Corner fahren da muss ich das Thema hinkriegen hier ja gut da haben wir uns gespeichert da müssen wir also gelbe Hänger da zeigen hinter 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 gut ich könnte auch die anderen strömen hier der wird ja ein dolly da muss man lkw sein das wäre ja saublöd da muss ich nicht die lusten soo nachher kommen Schnell einladen Schnell einladen können wir gleich dünken wir bei mir durch Hier ist er Da nicht rüber So. Und herum. So. Den Händen daneben. Die sind fertig. Ups. Untertitelung des ZDF. Das soll es für die heutige Folge gewesen sein, ich hoffe es hat euch gefallen, ich würde mich über Freude bei einem Like, ich sage nochmal Danke, ansonsten hören und sehen wir uns zur nächsten Folge, hoffe gehts, dann seid mal, ciao, bis zum nächsten Mal, ciao.